Dieser Krieg eskaliert und ich finde, wir sollten das eben nicht ignorieren, sondern diesen Abend als ein Trotzdem-Sehen, als ein Moment, wo wir zusammen das einfach würdigen und schätzen, dass wir hier eine Party machen und Kraft schöpfen für all die Scheiße, die auch noch auf uns zukommen wird. In diesem Sinne, unser Leben voll klar! In diesem Sinne, unser Leben voll klar! In diesem Sinne, unser Leben voll klar! Es gibt keine Schmerz, ihr lauf uns mehr! Wollen wir die Träume an uns mit Träumen? Hey! 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 Wir haben es heute, alles gelöntet, weiter die Wolken, machen wir uns jetzt dann nicht so mehr, was für die Zweite, alle unerkannt haben, und alle leuchten, und alle leuchten, schau, wie sie leuchtet, wie sie leuchtet.